Es soll ein schnelles Rennen werden, also wenn ich mir die geplanten Zwischenzeiten angucken dann kann das noch unter 3.30 Uhr werden in Richtung E-Star Report. Und deswegen brauchen wir hier Unterstützung. Ja, das Tempo, es beginnt so wie geplant, recht schnell wie 28 Sekunden auf den ersten zweiten Meter vor den frühen beiden Facemaker, nämlich Kerstesburg und dahinter Jeffrey Barzai. Und an 3. Position, das ist Daniel Kicicic-Kobe, der 2. der Halbweltmeisterschaften 2006 und 2008 aus Kenia. Auch das ist einer der beiden Läuferinnen und Justin Tchube, der bereits einen 3.30 Uhr unterbunden hat über 1500 Meter. Also, Tchube und Komi, das sind die beiden, die schon in 3.29 Uhr als Bestmeisterung stehen haben. Komi momentan an 3. Stelle. Jawohl, Tchube für Sie zur Orientierung derzeit an 5. Position. Etwas kleiner als die andere, als der Rest jetzt außen laufend. Kommt bis nach vorne an die vierte Stelle. So, Achtung! 800 Meter, geplant war 1,51. Das sieht gut aus, 1,52. Also, immer noch gut dabei, und Sie sind gefragt dafür, meine Damen und Herren. Die Gegend nahe muss jetzt den Grund machen und der Frucht wird weitergegeben in die Kurve. Auf geht's, gleich alle 1000 Meter. 2.20. Da müssen Sie ein bisschen Gas geben jetzt, meine Damen und Herren. Nicht nur die Läufer, sondern auch Sie. Auf geht's, gleich alle Fälle von der eigenen Alte. Und das hat ein Showcase-Porn. An zweiter Stelle sagen Landwahl, Chip Steber. Die kenianische Dominanz dieses Jahr auf die Mittel- und Landstrecken scheint sich auch hier bei Ispa vorzusetzen, meine Damen und Herren. Die letzten 200 Meter. Jetzt geben Sie noch mal ein bisschen Gas. Und schaffen den Schubel der Liga von 2009 bis vorne. Ausgehen, meine Damen und Herren. Und das ist der Wettbewerb, der Wettbewerb, der Wettbewerb, der Wettbewerb, der Wettbewerb. Und das ist der Wettbewerb, der Wettbewerb, der Wettbewerb.